Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Ja und damit herzlich willkommen zu unserem Online-Topseller des Tages. Der ist neu und ist jetzt schon ein Highlight online. Aber auch bei uns könnte ich wetten, das ist etwas, was jeder haben möchte. Denn wir kennen das alle, wir verreisen mit dem Auto. Und irgendwann wird man ganz langsam müde und versucht zu schlafen. Es bleibt aber beim Versuch, weil es passiert nach ein paar Minuten irgendwann das. Und man knickt ab und hat Schmerzen. Aber Ingo weiß, wie Ihnen das nicht mehr passiert. Ja, wir haben hier unsere neue Kopfstütze, die dagegen hilft. Die ist kinderleicht anzubringen, ohne Werkzeug. Hier einfach mit diesen Schrauben an Ihre existierende Kopfstütze ranmachen. Und dann kriegen Sie hier, drücken Sie den Knopf, können Sie das auf die Seite stellen. Und haben jetzt hier seitlichen Schutz. Das ist richtig schön dick gepolstert. Und dann passiert das eben nicht mehr, dass der Kopf so zur Seite klappt und man so gegen die Scheibe knallt. Und dann, wenn man an der Scheibe versucht zu schlafen, kennen wir auch, da geht es so dumm, 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 dumm. Das sieht ja wirklich furchtbar aus. Und diese Kopfstütze ist ein absoluter Bestseller. Und das nicht ohne Grund, weil damit tut man seinen Beifahrern einen riesengroßen Gefallen. Und das ist eine große, große Erleichterung, damit dann eben zu schlafen und ausgeruht am Ziel anzukommen. Ich habe das schon mal versucht mit so diesen Nackenröllchen oder Kissen oder sowas, aber das verrutscht ja immer. Das bringt gar nichts. Du hast die zwar direkt um den Hals, diese Nackenhörnchen, aber du knickst da trotzdem ab. Ja. Weil das ist ja eben fest integriert. Das hat so ein bisschen was von First Class, Business Class und Flugzeug. Ja, ganz genau. Aber das haben sie jetzt hier bei sich im Auto. Funktioniert das auch für die Kinder hinten? Ja, du kannst es an jede Kopfstütze ran machen. Du brauchst nur diese beiden Balken. Das lässt sich also, der Abstand ist natürlich variabel zu machen. Das Tolle ist, das ist ja hier Mikrofaser, also Stoff. Und das ist richtig dick gepolstert. Das kann man dann tatsächlich auch kinderleicht abmachen. Und dann kannst du das ganz normal bei 30 Grad waschen. Ist also auch sehr hygienisch. Nicht so wie im Zug oder im Flugzeug, wo man nicht weiß, wer da schon gegengesehen hat. Und das ist also wirklich toll hier. Und dann, wenn man es nicht braucht, klappt man es einfach nach oben hier gegen den Kopf drücken. Dann rastet das auch richtig ein. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Arne, willst du das mal ausprobieren? Ja, unbedingt. Weil ich bin auch so ein Typ, ich schlafe ständig ein. Ich habe da mal was vorbereitet bei uns. Ja, mal zum Auto, oder? Bei unserem tollen Auto hier. Und da haben wir es mal angebaut. Das ist also wirklich auch kinderleicht einzubauen. Und wenn man es nicht braucht, wie gesagt, kann es nach oben geklappt werden. Und wenn man es dann braucht, klappt man es einfach nach unten gegen den Knopf drücken. Und dann, guck mal, wie angenehm das ist. Oh, ist ja wie ein Kissen. Das ist wie ein Kissen, ne? Da kann ich ja meine Wohnung kündigen. Brauche ich ja gar keine. Ich schlafe ja genauso gut wie im Bett. Mensch, das ist es halt. Sie kriegen entspannten Schlaf im Auto. Wenn ich sie nicht mehr brauche. Für ihre Beifahrer und für die Leute, die hinten drin sitzen. Deswegen ist das ihr Favorit. Und das mit Recht, weil wir fahren ja schon, gerade wenn wir jetzt mal mit dem Auto in Urlaub fahren oder längere Autofahrten machen, dann ist das schon sehr ermüdend. Und da ist das natürlich toll für die Partner, die Partnerin oder die Kinder auf dem Rücksitz oder wer immer auf dem Rücksitz sitzt, dann eben entspannt zu schlafen. Ich glaube, eine haben wir schon verloren hier, weil das eben so bequem ist. Sie sind richtig dick und weich gepolstert. Wie gesagt, die Polster können Sie ganz bequem selber abziehen und auswaschen. Das ist also wirklich kinderleicht. Die Montage ist kinderleicht. Es ist ein tolles, tolles Produkt, was wir jetzt eben neu haben. Und bei Ihnen sehr beliebt ist auf allen Kanälen, natürlich auch bei uns. Und wir bieten es Ihnen heute an zum TV-Sonderpreis. Das ist halt hier unsere Kopfstütze für 17,99 Euro, glaube ich. Und da, 17,09 Euro, das ist also ein TV-Sonderpreis. Da bekommen Sie hier diese Kopfstütze, bestellen Sie sich am liebsten mehrere, am besten gleich mehrere dazu. Wenn Sie hinten auch noch Fahrer haben, die eben entspannt sitzen wollen. Das ist unser Pearl.de-neuer Bestseller. Und das ist wirklich so, wir gucken mal hier, 17,99 Euro. Das heißt, Sie sparen auch noch Geld heute für 17,09 Euro. Das ist halt der TV-Sonderpreis, von dem Sie profitieren. Weil es lohnt sich, Pearl.de zu schauen. Und hier auch sogar bei unserem Online-Bestseller geben wir Ihnen gerne diesen Discount, damit Sie auch entspannt und ausgeruht am Ziel ankommen, beziehungsweise Ihre Passagiere im Auto und richtig bequem schlafen können. Das ist etwas, was es vorher nicht gab. Und Anne sagt es, das ist wie Luxusklasse. First Class im Flugzeug oder Business Class, da hat man sowas auch. Und das können Sie für Ihr Auto jetzt auch haben. Und viel Spaß damit. Und viel Spaß damit.